Dieses Video wird unterstützt von GetInIT. Wenn ihr euren Traum verwirklichen wollt und selbst als professioneller Spieleentwickler oder in einem anderen Feld der IT arbeiten wollt, dann klickt da definitiv mal rein und schaut am Ende des Videos nochmal vorbei. Dort zeige ich euch noch ein paar mehr Details. Bis dann. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu FreeJS. Heute geht es um das Setup. Wir wollen heute alles soweit aufbauen, dass wir FreeJS zum Laufen bekommen, damit wir im nächsten Video dann richtig loslegen können. Und ja, zunächst einmal lasst uns anfangen mit der Programmierungsumgebung. Das wird in unserem Fall Visual Studio Code sein. Ihr könnt allerdings verwenden, was auch immer ihr wollt. Also diese Serie richtet sich ja hier nicht unbedingt wirklich an absolut blutige Anfänger, was Webseiten angeht, wobei die, wenn JavaScript Grundlagen da sind, kann eigentlich jeder mitmachen. Aber eben, JavaScript Grundlagen braucht ihr und diese JavaScript Grundlagen, naja, da werdet ihr euch schon einen Editor gesucht haben, der euch am besten gefällt. Und ja, wir werden hier in dieser Serie Visual Studio Code benutzen, weil es kostenlos ist und für jedes Betriebssystem verfügbar ist. Ihr findet das Ganze auf code.visualstudio.com. Wir haben aber auch schon PHP Storm und so weiter verwendet. Die kosten allerdings was. Aber ihr könnt auch einfach Notepad++ nehmen. Also Webseiten sehen ja nichts weiter als Text. Ihr braucht einfach nur einen Texteditor. Atom ist auch wunderbar, könnt ihr auch wunderbar verwenden. Okay, also Visual Studio Code könnt ihr hier runterladen, beziehungsweise über den Paketquellenmanager könnt ihr es auch runterladen. Im Fall von Arch Linux wäre das in den AORs drin. Also ihr könnt dann einfach yay, minus s, Visual Studio, bla bla bla. So, das Ding heißt Visual Studio Code bin für Binary. Und ja, dann habt ihr das Ganze eigentlich schon. Wie gesagt, ihr könnt auch PHP Storm oder sonst irgendwas verwenden. Das sieht dann, wenn es fertig ist. Achso, Achtung, Visual Studio Code ist nicht Visual Studio. Visual Studio kostet was. Visual Studio Code ist einfach nur ein Texteditor, der absolut kostenlos ist. Okay? Gut, also so sieht das Ding dann fertig aus. Ihr könnt dann, wenn es gestartet ist, hier habt ihr wahrscheinlich noch ein Willkommenfenster offen. Und das ist aber absolut fein. Ihr könnt dann hier auf den Extension Marketplace sozusagen gehen und die Extensions erstmal euch installieren, die ihr wollt. Ich habe jetzt hier möglichst wenig genommen. Und ja, ich glaube, die einzige, die wir hier wirklich sehen werden, ist diese Bracket Pair Colorizer. Die könnt ihr durchaus mal installieren. Die ist super gut. Die zeigt euch einfach von wo bis wo Brackets gehen. Also die Klammern, die gehen quasi von hier bis hier. Könnt ihr einfach hier eingeben. Also Bracket Pair Colorizer. Und dann steht hier Bracket Pair Colorizer 2. Könnt ihr drauf gehen. Könnt ihr auf Installieren gehen. Das war es eigentlich auch schon. Alles andere braucht ihr in diesem Video auf jeden Fall noch nicht. Wenn wir es wirklich benutzen, dann werde ich euch das nochmal separat zeigen. So, wir gehen hier oben wieder auf den Explorer. Und ja, wir können hier dann auch tatsächlich über File Open Folder können wir einen Ordner öffnen. Das habe ich schon mal gemacht. Wir haben jetzt hier diesen Code Ordner offen. Das ist dieser Ordner hier, wo wir dann den FreeJS Code reinschreiben. So, hier wollen wir allerdings noch ein paar weitere Sachen reinmachen. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen was. Wir können natürlich nicht einfach nur so eine Webseite schreiben, sondern wir müssen auch noch irgendwie FreeJS zum Laufen bekommen. Beziehungsweise da einbetten. Und deswegen machen wir hier mal eine neue Datei in Visual Studio Code auf. So, die nennen wir jetzt einfach mal Index.html. So, und dann sehen wir hier schon, ah, das wird als HTML-Datei erkannt. Und dann brauchen wir noch ein kleines bisschen Code, der das Ganze sozusagen zusammenhält. Das heißt, wir sagen hier erstmal ein Doctype HTML. Das ist auch schon für uns autocompleted. Dann sagen wir hier, wir wollen HTML. Und dann sagen wir hier, wir haben ein Head. Logischerweise, das ist quasi der Kopf einer Webseite. Wups, den sollte ich vielleicht noch zumachen. Und wir packen hier einfach nur den Titel rein. Also das ist jetzt einfach nur so HTML drumherum. Wenn ihr mehr zu HTML wissen wollt, dann schaut euch am besten den Kurs zu HTML an. So, FreeJS. Okay. Anschließend sagen wir hier, wir machen ein Style. Aber nichts Kompliziertes. Wir machen den Style sogar hier rein. Das heißt, wir müssen hier nicht wirklich irgendwas machen. Wir packen hier den Type noch mit rein. Und zwar Text slash CSS. Und wir packen jetzt den Style sogar hier in diese Datei rein. Damit wir wirklich möglichst quasi gar keine Vorkenntnisse haben. Hier sagen wir HTML und Body. Und die beiden haben jeweils einen Margin von 0. Ein, ups, ah, da war schon das Simikon und Mobsy. Ein Padding von 0. Und ein Over, ups, Overflow hidden. So. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier brauchen. Das ist alles. Ja. Mehr brauchen wir hier tatsächlich gar nicht. So. Ähm, genau. Und das war es auch im Head. Und jetzt noch ganz kurz in den Body rein. Und dort kommt, wie ihr wisst, das eigentlich Wichtige rein. Das sollte so nicht aussehen. Body. So. Und hier packen wir jetzt einfach nur einen Div rein. Also einen Bereich packen wir rein, der hier tatsächlich am Ende von uns verändert wird. Und wir können diesen Bereich, also wir lassen den hier komplett leer. Der wird dann nur allein durch JavaScript gefüllt. Aber wir müssen dem Ding eine ID geben. Das heißt, wir sagen hier ID ist gleich. Und jetzt dürft ihr euch hier irgendwas aussuchen. Ich fand WebGL ziemlich passend. Und dann packen wir hier noch zwei Skripte rein. Einmal Skript und zwar, ähm, ja, einmal mit der Source. So. Und jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir natürlich als allererstes mal FreeJS einbinden. So. Ähm, FreeJS einzubinden ist aber relativ einfach. Es gibt zwei Varianten von FreeJS, also von der Library. Und zwar, wenn wir hier nochmal auf den Browser gehen. Ihr findet hier auf FreeJS.org den Download. Ja. Das heißt hier unter Code Download. Beziehungsweise ihr findet das ganze Ding auch Open Source auf Github. Könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn es euch irgendwie interessiert, dass das alles in Ordnung ist. Soweit, ähm, geht das natürlich auch. Und dann gehen wir hier einfach auf Download. Und dann laden wir das runter. So, wenn es runtergeladen ist, dann wird dem ein oder anderen wahrscheinlich erstmal so, ähm, wird der ein oder andere erstmal vom Glauben abfallen. Weil 273 Megabyte für eine Library ist schon echt fett. Aber das ist okay. Wir machen einen Rechtsklick hier entpacken. Ähm, das sollte auch unter Windows genau gleich eigentlich funktionieren. Und dann seht ihr hier, dass sich der Ordner FreeJS Master aufbaut. Ja. Den werden wir nicht benutzen. Wir haben ja auch über 4400 Dateien. Huiuiui. Das dauert noch ein bisschen. So. Also wir gehen hier in den Ordner mal rein. Und dann sehen wir hier, das ist eigentlich das komplette GitHub Repository. Das brauchen wir eigentlich soweit nicht. Wir müssen hier nur dieses Build-Dingens eigentlich haben. Das ist alles, was wir brauchen. Und hier haben wir drei Sachen. Wir haben einmal FreeJS. Einmal haben wir Free.min.js. Und einmal haben wir Free.module.js. Und diese drei Dateien, die kopieren wir jetzt und gehen wieder in unseren Code-Ordner rein. Bauen hier oder erstellen uns hier einen neuen Ordner namens lib. Und kopieren die mal hier rein. So. Und den Rest können wir hier eigentlich schon wieder löschen. Den brauchen wir eigentlich nicht. Und in lib haben wir jetzt diese drei Dateien. Die Module, zu der komme ich irgendwann später. Aber was wichtig ist, hier haben wir Free.js und Free.min.js. Wenn ihr eure Applikationen wirklich auf den Server ausrollt, also wirklich hostet und verwenden wollt, dann ist die min.js zu verwenden. Weil diese min.js, ihr seht es hier unten am Speicher, die hat nur 626 KB, während die Free.js, die hat 1,3 MB, also mehr als das Doppelte. Das liegt einfach da dran, wenn wir hier mal reingucken wollen. Mit was öffne ich die jetzt? Texteditor ist wunderbar. Hier sehen wir einfach, ja, es ist wirklich minified. Dafür steht dieses min. Es ist quasi minimaler Code, man kann es überhaupt nicht mehr lesen. Während in der Free.js-Datei sehen wir eigentlich noch alles sehr, sehr schön dargestellt. Also hier haben wir wirklich einzelne Funktionen, einzelne Zeilen, Code, alles schön dargestellt, so wie man es eigentlich braucht. So. Jetzt warum sollte man nicht immer die Free.js nehmen? Naja, sie ist größer. Das heißt, sie muss auch über das Netzwerk übertragen werden. Und wenn sie über das Netzwerk übertragen, wird von jedem, der die Webseite aufruft, dann dauert das natürlich seine gewisse Zeit, frisst Traffic. Und deswegen nimmt man bei Webseiten eigentlich immer diese minified Version von den Dingen. Aber zum Entwickeln ist diese Free.js-Variante viel, viel besser, weil eure Fehlermeldung euch dann natürlich eindeutig zeigen, was los ist. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Webseite wirklich in Production pusht, also quasi veröffentlichen wollt, dann geht ihr hierher und sagt, okay, ihr wollt die slash lib slash Free.min.js verwenden, ja? Wenn ihr quasi das Ganze wirklich hosten wollt, also veröffentlichen wollt. Aber wir werden zum Coden, zum Entwickeln, zum Debuggen, also zum Codeschreiben, im Endeffekt, werden wir die Free.js-Variante verwenden. Und das ist das, was ich euch hiermit eigentlich sagen wollte. Hat jetzt sehr lange gedauert, aber ich hoffe, es wurde klar. So. Anschließend brauchen wir noch eine weitere Datei, denn wir wollen ja auch noch selber ein bisschen Codeschreiben. Wie gesagt, das hier ist bloß eine Library und wir müssen diese Library irgendwie verwenden. Und deswegen sagen wir hier, okay, wir wollen eine Main.js noch schreiben. Und die schreiben wir, wie gesagt, einfach selber. So. Und das wird unser Skript. So. Jetzt brauchen wir natürlich diese Main.js, weil die natürlich noch gar nicht existiert. Das heißt, wir sagen hier New File und sagen hier Main.js. Und hier nicht vergessen zu speichern, wenn der Punkt hier oben ist, dann heißt das ungespeichert. Und in der Main.js machen wir nichts weiter als Console.log, Klammer auf, Free. So. Semikolon nicht vergessen. So. Das passt soweit. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie unsere Webseite natürlich, naja, aufmachen können. Also wir haben ja jetzt aktuell nur Text hier zur Verfügung. Wir wollen sie aber auch angucken können. Und das machen wir mit einem Web-Server. Wir brauchen jetzt noch einen Web-Server. Hier gibt es auch wieder sehr, sehr, sehr viele Varianten davon. Und lasst mich das hier vielleicht, ähm, nee, wobei das passt so. Ich habe jetzt mal alles noch ein bisschen größer gemacht, damit ihr das hier besser sehen könnt. Sagt mir bitte in den Videos am besten Bescheid, ob es für euch zu klein ist oder nicht. Okay. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie starten wir das Ding? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und zwar haben wir natürlich einmal die Möglichkeit, wie wir es auf einem richtigen Server machen. Wir installieren bei uns einen Nginx-Server. Das ist aber Overkill. Das brauchen wir hier absolut nicht. Was viele machen, ist, sie benutzen einfach den, also gerade unter Windows, da ist XAMPP sehr, sehr beliebt. Den kann man einfach runterladen, installieren und dann hat man alles, was man braucht. Auch das finde ich für diese Serie hier zu sehr Overkill. Denn das ist ein vollwertiger Web-Server, der auch gleichzeitig noch MariahDB, also wirklich eine Datenbank, PHP-Unterstützung, Perl-Unterstützung und so weiter und so fort mitliefert. Das brauchen wir hier nicht. Der Punkt ist einfach, das ist zu viel. Das wollen wir eigentlich nicht. Und jetzt bleiben noch zwei Varianten übrig, nämlich einmal NPM. Das heißt, wir gehen, oder einmal NPM, ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Haben wir schon in anderen Serien von mir benutzt. Wollen wir hier heute nicht verwenden. Was wir allerdings verwenden, ist ein Python-basierter Web-Server. Und der ist wirklich super, super einfach zu starten. So, dazu will ich ganz kurz hier was zeigen. Und zwar, wer noch nie mit Python gearbeitet hat, weil ich das ja hier für die Serie nicht vorausgesetzt habe, der muss jetzt definitiv kein Python lernen. Das ist einfach nur ein Befehl, den man in der Command-Line eingibt. Jetzt kommt es auf das System drauf an. Ich bitte jetzt mal jeden im Terminal oder das Terminal zu öffnen oder die Konsole zu öffnen unter Windows. Dazu öffnen wir das Startmenü und unter Linux kann man hier einfach das hier verwenden. Also einfach hier auf dieses Zeichen drauf gehen, dann kommt man ins Terminal. Unter Windows muss man cmd eingeben oder PowerShell. Und dann öffnet sich das jeweilige Fenster, das man braucht. Und unter Mac ist es auch das Terminal. Also Terminal. Und unter Linux funktioniert das auch mit dem Terminal. So, und dort bitte mal einfach eingeben Python-version. So, und wenn hier Python-version ein Output generiert, dann ist Python bereits installiert. Das heißt, man muss nichts weiter tun. Das heißt, ihr könnt den nächsten Schritt einfach übergehen. Wenn es bei euch noch nicht installiert ist, dann bitte ich euch, Python herunterzuladen und zu installieren. Unter Linux und, ja, unter Mac kann man das über den jeweiligen Store machen. Unter Windows gehe ich nochmal ganz kurz hier auf den Browser. Bitte auf python.org gehen, dort unter Downloads. Und hier finden wir die jeweilige Plattform. Das heißt, wir sehen hier Windows, Mac OS, Other Plattforms. Unter Linux, wie gesagt, ist es in den Paketquellen. Da muss man es nicht hier herunterladen. Aber gerade unter Windows muss man das leider tun. So, und hier natürlich nicht Python 2. Das wird nicht mehr unterstützt, sondern bitte Python 3.8. In dem Fall nehmen. Es kann auch Python 3.9 sein. Das wird relativ bald rauskommen. Wir sehen hier schon das Pre-Release. Wird auch wieder cool. Aber, ja, muss man hier definitiv noch nicht haben. Also, das macht auch keinen Unterschied, ob Python jetzt 3.20 ist oder 3.8, ist völlig egal. Also, einfach diese Datei hier runterladen, ein bisschen tiefer scrollen und hier finden wir dann die Dateien. Und hier sehen wir den Executable Installer. Den bitte runterladen und dann einfach hier speichern. Und ich gehe das jetzt tatsächlich ganz kurz durch, weil ich, wie gesagt, nicht vorausgesetzt habe, dass man Python kann. Wir machen hier mal ganz kurz die Python-Installation mit. Ein Doppelklick auf diese heruntergeladene Python-385-AMD-64.exe-Datei. Und dieses Fenster hier erscheint. Und ja, ich mache das jetzt tatsächlich gerade unter Linux. Das funktioniert auch, wenn man Wine hat. Aber da brauchen wir uns nicht. Und dann Install. Also hier tatsächlich Install Launcher for all users. Und das ist ganz wichtig. Add Python 3.8 to path. Den Haken hier bitte, bitte setzen, sonst funktioniert gar nichts. Und dann einfach hier auf Install Now klicken. Und ich mache jetzt hier natürlich ein Cancel, weil ich es bei mir nicht installieren möchte. Aber ja, hier einfach die Installation zu Ende durchführen und schon ist das Programm installiert. Und dann habt ihr auch Python bei euch installiert. Und dann solltet ihr auch in der Lage sein, hier tatsächlich diesen Befehl Python-Version einzugeben. Funktioniert sehr, sehr einfach. Und Python kann man durchaus mal lernen. Ist eine super Sprache. Sehr, sehr angenehm zu lernen und sehr, sehr mächtig auch. So, und was wir jetzt machen ist hier. Hier, wir gehen wieder in den Explorer rein. Da, wo unsere ganzen Dateien liegen. Das heißt, da, wo unsere Index.html liegt. Genau in diesen Ordner gehen wir rein. Wir drücken Shift, also großschreiben. Rechtsklick und dann im Terminal öffnen, beziehungsweise in der PowerShell öffnen. Das öffnen wir. Und hier geben wir dann ein. Also genau hier geben wir ein Python-m-http.server. So, und was das macht, das ist im Endeffekt ein kleiner Python-basierter Web-Server, der genau eben HTTP-Dateien für Local Debugging zur Verfügung stellt. Das ist genau das, was wir machen. So, und den behalten wir jetzt einfach bitte. Und jetzt, was wir hier machen ist, wir sehen hier diese Adresse im Hintergrund. Die kopieren wir uns. Das heißt, oder wir merken sie uns und schreiben sie uns einfach ab. Und ja, wir gehen in den Browser und geben das hier ein. Also einfach 0000.8000. Das hier hinten dran ist übrigens der Port. Und dann steht hier oben Free.js, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Ansonsten bitte nochmal Video nachgucken. Und ihr seht weiß. Ihr seht nichts, ja. Das ist jetzt erstmal ernüchternd. Aber wir haben ja auch noch nichts programmiert. Ich möchte mal ganz kurz nochmal an unseren Code erinnern. Wir haben hier einfach nur ein Console.log3 eingegeben. Und das ist alles, was wir in diesem Video machen wollten. Wir wollen alles zum Laufen bringen. So, und was wir jetzt machen ist, wir gucken mal hier einmal ganz kurz mit Rechtsklick. Untersuchen hier rein. Und dann sehen wir hier die Konsole. Da klicken wir rein. Und dann sehen wir hier hoffentlich ein Object. Wenn hier was Rotes steht, dann ist irgendwas schief gelaufen. Das ist nicht gut. Dann bitte nochmal nachprüfen, ob die Schritte alle richtig ausgeführt wurden. Aber wenn alles richtig gelaufen ist, dann sehen wir hier dieses Object. Und das können wir ausklappen. Und da sehen wir sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Audio Listener, Audio Loader, Audio Context. Audio, Kamera, Cache, Clock und so weiter und so fort. Das ist das gigantische FreeJS Object. Und das können wir hier einfach so abrufen und uns alles mal ausgeben lassen, sozusagen zum Debuggen. Und wenn alles jetzt funktioniert hat, dann sehen wir dieses FreeJS. Und das bedeutet, FreeJS wurde erfolgreich geladen. Und wir können weitermachen mit dem Coden in dieser wundervollen Library. So, das klingt jetzt ein bisschen arg nach Overkill alles. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viele Sachen in einem Video gemacht. Wir haben uns eine Entwicklungsumgebung rausgesucht. Wir haben quasi den Code drumrum erstellt. Wir haben diesen Code drumrum in einem Python-basierten Web-Server gestartet. Und wir haben uns angeguckt, dass das ganze Ding auch funktioniert hat. Hier sehen wir übrigens, auf was wir alles zugreifen. Auch sehr, sehr angenehm zu wissen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich will in diesem Bereich später mal arbeiten oder jetzt am besten direkt mal arbeiten, dann schaut euch auf jeden Fall Get in IT an. Dort gibt es mittlerweile über 4.500 IT-Jobs von wirklich sehr, sehr geilen Firmen. Auch für die ich natürlich auch arbeiten wollen würde, wenn ich nicht für euch komplett da sein möchte. Und ja, die bewerben sich sogar bei euch. Das heißt, ihr müsst nicht mal Bewerbungen schreiben, sondern die Firmen bewerben sich bei euch. Und ihr werdet dann gematcht und ja, könnt dann dort quasi direkt anfangen. Natürlich nicht nur im Game Design, sondern in jedem Bereich der IT. Aber da wir gerade Game Design machen sozusagen für den Browser, ist das natürlich auch eine super Gelegenheit für euch. So, einfach hier auf Profil bearbeiten gehen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch. Und ihr könnt euch da anmelden, kostet euch gar nichts. Und dann einfach hier angeben, was ihr wirklich alles könnt. Wir haben ja schon mal ein Sponsoring gemacht. Das heißt hier React.js, TypeScript, Python und Machine Learning haben wir alles schon gemacht. Und ja, jetzt sagen wir einfach mal, Mensch, nach dieser Serie können wir natürlich noch Free.js hier absolut perfekt. Und dann natürlich nicht nur auf einer 3 von 5, sondern auf einer soliden 5 von 5. Und dann können wir auch im Free.js Bereich einen Job finden. So, dann natürlich noch die Sprachen einstellen, Perspektiven, Studium, Ausbildung und Praxiserfahrung und Lebenslauf. Und wenn ihr wirklich euer Profil komplett ausgefüllt habt, was ihr hier oben an den wunderschönen Diamanten seht, dann könnt ihr wirklich erwarten, dass einige Firmen sich bei euch bewerben werden. Das ist nämlich auch so gewesen bei unseren bisherigen Sponsorings. Dort haben tatsächlich 80% der Leute, die sich über meinen Link angemeldet haben und ihr Profil komplett ausgefüllt haben, ein Jobangebot bekommen. Und ich glaube, das allein ist schon Motivation genug, das zu tun. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen, wünsche ich euch viel Spaß beim Jobsuchen, beziehungsweise gesucht werden. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.